ein moin und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge hier forza horizon meine Freunde mit mir und dem lieben oster tv und noch mal mit dem was die acht ab bist du verrückt nein was macht denn das war's okay okay das machen wir mit dem das eine kleine rundstrecke leute was nehmen wir da du darfst auswählen wollen wir was schnell ist jetzt habe ich irgendein auto ausgewählt nein nein diesen auto nimmt nicht alles ich kann noch wechseln ich denke jetzt mal bremst ich ja ich meine lenker noch angeschlossen das erkennt er auch ja gut zu wissen das ist ach nee warum muss ich mit diesem scheiß schmutzauto fahren ja mensch der hat doch tausend mal das bessere fahrzeug wie es genau die ganze punkte also ja aber scheiß so polo zieht ja nicht und wenn da zieht der nur quer fährst du quer siehst du mehr dem leckrad ist das eine sehr gute option ich glaube ich dir bro bro damit kann ich schon viel besser in die kurven da merke ich gerade ja ja der ist gleich auf dem ersten platz leute ja 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 das sind noch drei runden gill schweizer wir sind auf dem zweiten alles gut ja ich habe nicht bekommen ja kommst du zurück genau spannender noch leute das link hat ich ja gar nicht so schlecht ich dachte es ist so schlecht wegen die bescheid fahrzeug ich bin gerade in der zweiten runde angekommen es gibt voll fit mit dem lenker das ist jetzt nicht so gut wie ein controller ist ja klar aber wir können nicht nur von oben sind wendig und nicht nein ich hätte nicht reden mit er macht auch wieder blickflack oben ist das leute danke danke apollo wir sind sehr verbunden in einander dritte runde ja gut gut was weiß ich noch nicht gefährlich ist das leute oder also mit dem apollo jetzt gar nicht so schlecht am anfang angehalten wird der richtig so ist junge dann ist feier meyer mit den hinter reifen so kommen jetzt kohlen und so im ziel mit den 20,1 nee wir machen das kett noch fertig wir gehen nicht in vergessenheit 20 sekunden reichen auch über für das ziel fertig zu machen über 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 er hat den vorsprung von 20 sekunden das ist deftig laut aber alles gut wie schon gesagt ich fahre das erste mal mit linkrad also die zweite folge mittlerweile hoch geht's bin hallo so gut direkt zum nächsten das recht oder das oben das rechts dann hat man das oben ich habe einen superwitz bin doch nicht schade das unten für oder ich hab drei und halb kilometer ja nur noch 2,1 1 äh ich bin jetzt schon auf dich hier bist du schon da? natürlich 400 meter bin ich da das ist die mittelbirge ich bin jetzt im vierten gang los geil oder? du glaubst sagst du also cool ok da können wir nur das machen ok dann wählen wir mal ein anderes fahrzeug aus das geht ja gar nicht äh was nehmen wir denn? egal muss sein kannst du ein eigenes fahrzeug nehmen oder? fahrzeug fahrzeug ja so um dort geht so lange h Hä? Mir passiert grad gar nix. Ah, jetzt! Jo! War ganz viele eigene Versuche. Ernst? Ja. Scheiße. Was denn? Ich hab was genommen, wo ist Scheiße. Pfff. Piss auf. Ja, du hast saved an BMW, Junge. Also, warum läst du dir so lange im Black-Eiscreen hier tönen? Manchmal wird eingerichtet. Ja, dann will ich mal bitte schneller einnehmen, Alter. Ohi? Ja. Was denn? Ja, dein Auto. Oder? Das ist unfair. Ich dachte, du kannst auch nur D nehmen. Mann! Das ist unfair. Ist so wie beim letzten Mal vorhin. Ja, genau! Ja, was? Was? Hier sind 900 Unterschied, Digga. Ah, jo. Das ist nicht so neblich. Ich hab Black-Screen, Digga. Oh, wir fragen uns nicht so gut. Oh! Was? Wir sind nur zu dritt? Ja, oh du. 100 und der andere auch 100. 999. Ja, Digga. Ist ja normal! Ja, cool. So wie ist das denn genau. Ja, wie ist das letzte Rennen? 900 mehr. Genau. Oh! Zweiter Gang! Schieb mich mal ein bisschen an! Ja, Digga. Genau! Ah! Das Fahrwerk kommt nicht mehr klar! Es war ein Cheat, Leute, dass der konnte den BMW nehmen. Ja, ich war voll früher. Also so. Ja, das war irgendwie ein Heck. Ja. Ja, wie ist das? Holt kriegt 113? Oh, oh, oh. Ich fiert den Begrenzer! Ja, in diciendo keine Ressdaется! Ich lebe den Begrenzer! Wenn man geradekommen ist, dann incremental. Das Kmaz hier! While the recycle only! Nein, es ist doch nicht dobel. Das Fahrwerk kommt nicht mehr klar. Alter. Bro. Warum das nicht? Das Fahrwerk kommt gar nicht mehr auf das. Einfach alles mit. Ich kann nicht gerade. Ah, ja. Bro, 133. Was ist das? Das schafft ihr denn? Irgendwie ein bisschen. Start wie der Rot. Ah, Bro. Dinger. Ich kann doch gar nichts mehr. Das sieht auch so aus wie eine Bremse. Ja, die Bremsen. Die Bremsen sind vollkommen da, Dinger. Wo ist denn der andere Alopei? Ey, wir sind erst bei 40 Prozent, Dinger. Das ist doch schön. Schieb mal. Es kommt nicht weiter. Oh, das war so schön. Nein. Was sagt noch nichts? Ja. Oh, Alter. 70 kmh. Reißgeschütz. Oh. Das ist eine schöne Reißgeschütz. Das ist eine schöne Reißgeschütz. Oh, oh, Dinger. Nicht schon wieder. Oh, Mensch, Meier. Oh, zweiter Gang. Bretter. Oh, vierter. Weiß, du musst dich mal hinterher beim Lenken. Oh. Oh, ach, ach. Dinger, ich komme nicht über 100, Dinger. Kein Leichenwagen. Was? Was sind denn wir gleich mal? Ja, was ist das? Das ist meine coolen Schrecke hier. Jetzt bist du über 100 oder nicht. Oh, ich dachte, die kann man auch fahren. Oh, Volkowi. Das ist jetzt das lebennäßigste Fahrzeug, wo ich jeden Vorsack gefahren bin. Na, mein BMW. Der andere BMW. Warte, nein. Digga, ich komme nicht über 100. Und mein andere BMW hat auch nur 80 geschafft. Oh, da kommt langsam der. Oh, zweiter Gang. Ja, genau. Ja, Lenk war lieber. Hey, ist Checkpoint. Diep. Marech. Jetzt muss ich jetzt nicht über eine Kurve. Wir haben einen Leichenwagen da vorne. Oh, ein bisschen Autobahn. Help. Oh, auf den Arm hat beschleunigt mir ein bisschen. Oh, Schweizer, was sagst du dazu? Warte. Oh, oh. Da. Genau. 50. Ich habe mir gerade die 200 Schaften. Lenken, lenken. Ich bin am Lenksten. Scheiße. Scheiße, du hast doch gerade abgurbeln da. Nein, wofür wird er die hinten langt, Junge? Warum ist die so neblig? Ja, halt. Jetzt gucken wir gleich auf die Karte. Das ist hier die Karte? Ja, okay. Das ist hier die Karte. Schieb. Oh. Warte, vierter Karten. Ja, das hat man schon wieder hoch hier. Oh, das ist immer noch nicht gerade. Oh, 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 oh. 170. Oh, nein, nein. Nein, nein. Peter. Mann, auf der Hälfte ist das voll schöne Kragen hier. Oh, mein Kontrahent kommt. Glaube ich. Ja, naja. Das ist gerade so auf die Kranen da aufgefallen. Ja. Ja, aber ich verstehe nicht, warum konnte Ossi cheaten. Nix. Ossi cheate. Der hätte auch noch so reiten sollen, da. Wär's. 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 Alter, der Nebel ist ja richtig scheiße. Oh. So, das war's schon. Sag mal den, äh, sag mal Leute, wenn, soll ich den Transit, äh, Motorisierung, äh, hoch machen. Ein Fahrwerk das gleiche lassen. Ja, genau, das ist doch anders wie bei dem anderen, mit dem Dreirad da. Oh, der andere kommt gar nicht ins Ziel? Ja, er hat's nicht geschafft. Gut. Aber gut, äh, wir kriegen ziemlich EP für das. Das ist schon mal, das ist schon mal richtig glänzend. Ja, wir haben einen Ford Puma bekommen. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.